Die meisten Menschen kennen den kleinen Ort Greten nur von der Durchfahrt. Dabei lohnt es sich beim nächsten Mal, einen Halt einzulegen. Sie fragen sich sicher, warum. Die Frage ist schnell beantwortet. In Greten gibt es ein wirklich sehenswürdiges Feuerwehrmuseum, in dem Sie auf eine echte Zeitreise gehen können. Vom Feuerstein bis hin zur heutigen Löschtechnik ist dort alles zu erleben. Unseren Rundgang können wir allerdings erst beginnen, nachdem wir uns beim Vorsitzenden des Feuerwehrmuseums angemeldet haben. Mein Name ist Gerd Winkler. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Feuerwehrmuseum Greten e.V. und leite hier das Feuerwehrmuseum. Wir sind sehr stolz, die Schlossspritze von Kolditz aus dem Jahre 1793 zeigen zu können. Eine Leitgabe der sächsischen Burgen und Schlösser für unser Museum. Wir haben in der Frage der Motorisierung eine pferdebespannte Motorspritze aus dem Jahre 1924. Und mit dem Beginn der Automobilisierung auf dem Dorf zeigen wir eine Kraftzugspritze aus dem Jahre 1939. Es ist eine bunte Sammlung quer durch die Jahrhunderte, die im Feuerwehrmuseum in Greten zu sehen ist. Und spannend obendrein. Wir zeigen Dinge aus etwa vier Jahrhunderten zur Geschichte der Feuerwehren des Brandschutzes auf dem sächsischen Dorf. Von den Garagen geht es gleich ins Obergeschoss. Dort haben die Kameraden in liebevoller Kleinarbeit Rettungsmittel zusammengetragen. Besonders eindrucksvoll ist eine nachgestellte Szene einer Brandschutzübung vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, dieses Bild stammt aus der Zeit um 1900. Also das nachgebaute Bild ganz konkret 1890. Aber für uns als Gretner ist ganz besonders, dass wir die Tür von unserem ehemaligen Gasthof, der weggerissen worden ist, gerettet haben und hier untergebracht haben. Während vor 200 Jahren jeder im Brandfall helfen musste, also die sogenannte Jedermannspflicht, änderte sich das Bild ab dem 20. Jahrhundert gewaltig. Die Feuerwehrmänner wurden mit einer kompetenten Ausbildung immer professioneller. Literatur und Planspiele standen auf dem Lehrplan, bevor sie zum Einsatz kamen. Aber auch die Sensibilisierung der Bevölkerung war eine Aufgabe der Feuerwehrkameraden, die nach dem Krieg in die Häuser der Einwohner gingen, um auf Gefahren im Haushalt aufmerksam zu machen. Mit einem Modell wurde links die richtige Variante und rechts die gefährliche Wohnsituation gezeigt. Aber verlassen wir jetzt die graue Theorie und wenden uns den Hilfsmitteln zu. Schon immer waren die Retter bei Einsätzen in Gefahr. Der Jena-Naturforscher Johann Friedrich Glaser suchte nach Möglichkeiten, dem Rauchgastod und Brandverletzungen bei den Kameraden vorzubeugen und entwickelte bereits 1772 die erste Atemschutzmaske, die das Prinzip des heutigen Atem- und Körperschutzes vorwegnimmt. Ja, das ist der Atemschutz. Eine ganz wichtige Sache, die bei der Feuerwehr erst so in den 20er Jahren aufgekommen ist und erst eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst in den Feuerwehren aufgebaut worden ist. Das ist die stolze Rauchhaube oder eigentlich eine Atemschutzmaske, die von außen mit Druckluft, die durch einen Blaseball erzeugt wird, mit frischer Luft versorgt wird. Ja, ja, so wurde früher gewarnt, als es keinen Strom gab. Und so eine Sirene ist garantiert für jeden bundesweiten Warntag eine gute Lösung. Aber wenn Sie wissen wollen, warum erst Fahrräder und später auch Motorräder bei der Brandbekämpfung eine bedeutende Rolle spielten, welche Mittel die Bevölkerung im Ernstfall warnten und die tausend anderen kleinen Dinge rund um die Feuerwehr sehen wollen, dann sollten Sie sich die Zeit nehmen und das Feuerwehrmuseum in Greten besuchen. und dann können Sie sich die Zeit nehmen und das Feuerwehrmuseum in Greten besuchen. Und dann können Sie sich die Zeit nehmen und das Feuerwehrmuseum in Greten besuchen. Und dann können Sie sich die Zeit nehmen und das Feuerwehrmuseum in Greten besuchen. Und dann können Sie sich die Zeit nehmen und das Feuerwehrmuseum in Greten besuchen.